Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir Daniel und wie immer mit Markus. Markus. Nicht dem Markus, Markus diesmal. Sehr, sehr, sehr on point, mein Freund. Genauso on point, wie natürlich auch unsere News, die wir haben. Denn wir müssen über ein Pre-Product-Unicorn sprechen. Was ist das denn? Haben uns auch gefragt, reden wir drüber. Wir müssen darüber sprechen, dass Ethereum sich neu erfindet und nicht alle der Meinung sind, dass das cool ist. Und jetzt China sagt, hier sind die magischen Algorithmen von TikTok und Alibaba. Und wenn du einsam bist und alt, vielleicht haben wir einen Mietenkel für dich bereit. Oder du sagst, ja, ich habe jetzt viel Auto zu fahren. Auto zu fahren, was ist das denn? Und ich möchte gerne ein bisschen Spritz sparen. Da hat Google eine Antwort für dich. Während Apple der Meinung ist, wir brauchen vielleicht doch wieder Werbung und YouTube, den Streaming-Service, sich neu denkt. Und Elon natürlich auch noch entschieden hat, ich möchte gerne ein bisschen mit Manchester United flirten. Wir haben Newcomer der Woche, Rockstars der Woche. Und bevor wir starten, starten wir mit einer Werbung. Auf los geht's los. So, es ist Sommer und Urlaubszeit und vielleicht möchtest du nochmal so ganz kurz last minute irgendwas ergattern. Und du denkst dir, ja, 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 aber ich weiß hier die ganzen bösen Algorithmen im Hintergrund, die wissen das ja auch. Also, was machst du? Du öffnest dein Chrome oder wie auch immer und machst dein Inkognito-Fenster auf. Weil du hast ja auch gelesen, dass dich die ganzen Plattformen tracken und deswegen Adaptive Pricing machen. So weit, so gut und gratuliere, dass du so, so Internet-savvy bist und das weißt. Jetzt kommt allerdings das Problem, was du wahrscheinlich nicht weißt. Euer Internet-Provider kann trotzdem sehen, welche Seite du besucht hast. Auch wenn du deinen Inkognito-Modus anhörst. Auch wenn du deinen Verlauf löscht. Und ganz unabhängig davon, wer dein Provider ist, die machen das alle. Und die können ganz legal deinen Verlauf an Werbefirmen weiterverkaufen. Jetzt denkst du dir, ja, aber das will ich doch nicht. Und genau da haben wir die Lösung für dich. Und die heißt ExpressVPN. Und das ist eine App, die eure Internet-Verbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, sodass euer Internet-Provider die von euch besuchten Seiten nicht sehen kann. Das heißt natürlich, du kannst dort einschalten und plötzlich wirklich, wirklich gut Flüge buchen. Oder was auch immer du machen möchtest. Es macht absolut Sinn, das zu verwenden. Es schützt zu 100% eure Daten mit erstklassiger Verschlüsselung. Läuft nahtlos im Hintergrund. Es gibt keine Verzögerung, keine Pufferung. Und es ist super einfach zu bedienen. Und wenn du das nicht glaubst, wurde als der Nummer 1 VPN-Dienst von CNET und von Techradar und Chip.de bewertet. So weit, so gut. Gut, im Übrigen kannst du auf dem Handy, auf dem Computer, auf dem Router und wie auch immer verwenden. Und das Gute ist, wir haben da jetzt ein Angebot für dich. Kostet im Übrigen nur 6 Euro pro Monat. Kannst es risikofrei ausprobieren. Und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So, das ist mal das Problem. Und Markus hat die Lösung. Erzähl. Für Future Weekly-Hörer gibt es ein Spezialangebot. Dafür geht sie auf expressvpn.com slash futureweekly und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Das ist expressvpn.com slash futureweekly. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Und los geht's mit den News. Und das ist jetzt ein lustiges Thema. Man stelle sich vor, man hat ein Unternehmen, das ist eigentlich noch nicht gegründet. Also man hat eigentlich noch nichts gemacht. Also natürlich schon viel erdacht, aber noch nichts geleistet. Könnte man jetzt darüber diskutieren. Und es ist aber trotzdem mit einer Milliarde bewertet. Würde ich das meinem alten Professor auf der Uni erzählen, dass ein Unternehmen mit null Umsatz, null Kunden und überhaupt null mit einer Milliarde bewertet wird, würde er mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja so ein Schwachsinn. Hätte ich ihm das jetzt vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder gar 20 Jahren erklärt. Und jetzt ist es so, ja, ich meine, wenn man sich anhört, der ehemalige WeWork-Gründer kriegt ein Investment von Andresen und Horowitz von 350 Millionen Pre-Product, sagt man, naja, das ist halt ein Investment in die Zukunft. Und das ist so das, worüber wir reden müssen. Dass da eigentlich zwei ganz unterschiedliche Denkweisen aufeinanderprallen. Und wenn das passiert, ist meistens die Twitteria richtig sauer. Weil die ist ja prinzipiell richtig sauer. Ja, was wissen wir denn da so drüber? Über die saure Twitteria. Über die saure Twitteria, die ja zu 100 Prozent der Menschheit abbildet. Naja, ich meine, es regt natürlich auf, dass der WeWork-Gründer Adam Newman, der ja durchaus mit seinem alten Startup ein paar Dinge gemacht hat, die nicht ganz koscher waren. Er war, glaube ich, hat da durchaus Investoren auch sehr um ihr Geld geprellt und hat nicht unbedingt, sage ich mal, den besten Stand gehabt in der Szene. Dass der jetzt vom Branchen-Pri muss, also von Andresen Horowitz, einem von den legendären Investoren, das so eine riesige Runde Pre-Product bekommt, hat natürlich für einiges an Irritationen gesorgt. Besonders, weil wir ja auch eigentlich gerade in einer Rezession sind und viele Startups gerade hören, ja, es gibt leider kein Geld und man kann keine Investment-Runde machen und dann kommt sowas daher, dann, naja, dann kann man sich vorstellen, wie darauf reagiert wird. Dazu muss man sagen halt, worum geht es eigentlich bei diesem Startup? Es geht um Wohnen. Es geht um genau dieses Problem, was immer gravierender wird, dass sich immer weniger Leute leisten können, eine Wohnung zu kaufen und auch Mietwohnungen eher knapp sind und im Großen und Ganzen hier ein größeres gesellschaftliches Problem entsteht. Und Adam Newman ist aufgebrochen, um dieses Problem zu lösen, mit großer Vision und großen Plänen, tatsächlich mit einem Modell, wo er Wohnungen aufkauft und Wohnungen mit dem Thema Community anreichert, also quasi so ein Wohnkonzept erstellt, wo man die normalerweise positiven Effekte von Wohnungseigentum, dass man sich halt auch ein bisschen um die Umgebung kümmert, dass man generell auch investiert in nachbarschaftliche Beziehungen, dass das Ganze nicht so ganz transaktionell ist, also dieser Community-Aspekt steht da im Mittelpunkt und obwohl man nicht grundsätzlich dann Eigentum an dieser Wohnung erhält, sondern ganz normal eine Miete zahlt, kriegt man dafür, ja, Crypto-Coins. Also es ist so ein bisschen der Merge von Wohnmodellen und Crypto-Currencies und ich schätze, dieser Crypto-Coin ermöglicht dann, dass man einen gewissen Share hat an dem Gesamtvolumen an Wohnungen, die dieses Start-up anreichert. Das Ganze ist alles noch nicht so wirklich offiziell, das hört man jetzt so über Backchannels. Im Grunde ist es aber natürlich eine Riesenvision, wenn es aufgeht, kann aber natürlich komplett in die Hose auch gehen. Und da muss man halt sagen, dass Marc Andresen sehr auf solche Dinge steht. Also der hat selbst mit Netskip und der Dotcom-Bubble erlebt, wie es ist, einmal so ganz runterzugehen und dann wieder aufzustehen und ist ein großer Fan von diesen riesigen Visionen. Dementsprechend ist das sicher auch der Hintergrund, warum er das macht, aber ja, es ist schon ein gewaltiges Risiko auch in der aktuellen Situation. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend. Also vielleicht nochmal für die von euch, die nicht ganz so tief in dem Start-up-Thema drin sind, Andresen und Horowitz, wenn die investieren, ist es so, wie wenn du die Champions League gewinnst, wie wenn du den Oscar bekommst. Also die sind wirklich die Champion-Macher, wenn man so möchte. Ich habe mir gerade mal so auf dem anderen Screen nochmal ihr Portfolio angeschaut. Es sind Sachen dabei wie Airbnb, Facebook, Pinterest, Invest, Coinbase, Wise, you name it, they've done it. Das ist ein unfassbar Github. Es liest sich wie im Prinzip alles, was du auf dem Computer hast, haben sie wahrscheinlich irgendwie investiert. Und das Spannende ist, die sind ganz, ganz, ganz bullish, was Krypto-Themen betrifft. Das ist wirklich, wirklich spannend. Für mich ist es so, wenn ich mir neue Krypto-Coins anschaue und ich mir nicht ganz sicher bin und irgendwo steht drin, Andresen Horror, wird's halt investiert, ist meine Reaktion immer so, na gut, na dann funktioniert das ja. Und das ist aber das Spannende, dass dadurch, dass sie in etwas investieren, automatisch aber auch eine Bewertung durch die Decke geht, weil es klar ist, wenn die was sehen, dann muss es was sein. Und das Lustige ist, dadurch, dass sie etwas drin sehen, ist ja auch etwas da. Es ist so self-fulfilling, zumindest zu einem gewissen Grad. Und zeitgleich, wie soll ich sagen, dass dieser Space ein Problem hat, der getackled wird. Das sind jetzt gerade sehr viele Anglizismen. Das ist auch irgendwo klar. Ob das aber jetzt funktioniert, das ist natürlich sehr wild. Und was man aber auch sieht, meiner Meinung nach, an dem Investment, ohne mich zu lange damit zu beschäftigt haben, wenn sie 350 Millionen Dollar in die Hand nehmen, und das ist es, glaube ich, was sie genommen haben, pre-Product, dann ist das ein sehr schwieriger, wahrscheinlich sehr sales, sehr up-heavy Markt, in dem sie wahrscheinlich mit unfassbarer Power reingehen müssen, um Fuß zu fassen. Was aber auch wiederum heißen würde, jetzt lehne ich mich unendlich weit aus dem Fenster, ich muss dazu sagen, ich habe genau zwei, drei Artikel zu dem Thema mir kurz angeschaut. Ich habe nüsse Ahnung davon, aber nur so vom Gefühl. Heißt aber auch für mich, dass es wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz schwieriger Space ist, den sonst keiner anfasst, und den man aber mit so vielen Themen so verändern kann, das ist schon spannend. Dass man dann noch einen Coin on Top draufsetzt, zeigt wahrscheinlich auch, dass man einen Space, der sehr intransparent ist, plötzlich sehr transparent machen wird, und vielleicht auch noch das ein oder andere Steuerthema auch noch mitnimmt und es vielleicht auch noch global ansitzt. Das heißt, rein technisch gesehen, super aufregend, was dort passiert. Eine Milliarde Bewertung pre-Product, puh, aber es ist halt ein Investment in die Zukunft. Ich finde es spannend. Also ich glaube, das Ganze ist besonders auch asset-heavy, weil du musst natürlich die ganzen Wohnungen kaufen, und dafür wird natürlich auch dieses Geld verwendet werden. Du hast recht, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist überall auf der Welt gerade ein massives Problem, dass halt dieser Traum, der da auch von vielen Eltern von uns vorgelebt wurde, dass man halt irgendwann ein Eigenheim hat, dass kann man sich eigentlich nur mal leisten, nur mal was erbt. Sonst ist es vielleicht für die ganz top, 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 das 1% der Top-Verdiener ist es wahrscheinlich jetzt noch realistisch, weil besonders jetzt, wo die Zinsen raufgehen, die meisten Menschen werden nie so viel in ihrem Leben verdienen, als dass sie sich zu aktuellen Wohnungspreisen was kaufen werden, mit dem sie wirklich happy sind. Und das Problem bietet viel gesellschaftlichen Zündstoff, das wird uns begleiten in den nächsten Jahren. Das ist sicher auch der Grund, warum Marc Andreessen bereit ist, da so eine Wette einzugehen, weil eben, falls es funktioniert, dann ist das einfach eine Riesenopportunity. Es ist andererseits natürlich, wie gesagt, die Frage, kannst du in einem Meet-Kontext, kannst du dieses Community-Gefühl, was es geben soll, replizieren? Kannst du das Gefühl, eine eigene Immobilie zu besitzen, durch einen kontinuierlich ansteigenden Anteil an einem gewissen Crypto-Koin, kannst du das in irgendeiner Form kompensieren? Vielleicht will aber auch unsere Generation gar nicht mehr die ganze Experience von Immobilien besitzen, weil da gehört ja genug anstrengende Sachen auch dazu. Also es ist ja oftmals auch die Frage, will man was besitzen? Weil das, ja, wenn man so, sage ich, my home is my castle und ich will das gestalten und viel Arbeit reinstecken, dann macht das vielleicht Sinn. Aber oft ist halt auch die Frage, okay, will ich mich eigentlich rumschlagen mit den Handwerkern jedes Mal, wenn irgendwas kaputt geht und so. Also es besitzt sich immer auch bis zu einem gewissen Grad eine Last. Also es trifft schon auch einen Nerv, glaube ich. Aber ich traue Adam Newman auch, ich traue Adam Newman zu, das in den Sand zu setzen, aber auch wirklich was draus zu machen. Am Ende hat Andresen Horowitz einfach das Geld, um das zu machen. Und that's the case. Die haben so viel Geld an der Management, dass ihnen die 350 Millionen echt nicht wehtun, wenn das nicht funktioniert. Also ich finde es einfach, für mich ist es einfach ein spannender Zugang zu einem Space, der so kaputt ist und so schwer wäre, zu vereinen, sozusagen. Und sie haben ja immer wieder in ihren Papers auch diese Theorie, dass du bundles, du unbundles, du bundles, du unbundles, sozusagen. Davon sprechen sie immer zum Beispiel, dass das Internet ursprünglich mal ein Haufen loser Webseiten waren, die irgendwie alle nicht zusammengehangen haben. Dann kommt ein Service, der alles zusammenführt und erreicht eine Marktdominanz. Und dann kommt wieder was Neues, das wieder ungebundelt wird und bla. Und das sieht man immer wieder so im Verlauf. Dann kommen die Apps, dann kommt der App Store, dann kommt das Nächste, dann kommt wieder das Nächste. Und das wirkt für mich aber auch, wie sie einen sehr losen, sehr unbundled Space nehmen, wo wahrscheinlich ganz viele kleine Anbieter sind, absolut intransparent. Und den bundeln sie ganz zentral. Und wenn diese Wette aufgeht, dann hast du eine immense Marktmacht. Und das Lustige ist aber, ich schaue es mir auch gerade auf deren Website an, dort haben sie einen relativ interessanten Artikel geschrieben. Und es startet relativ klar, our nation has a housing crisis. Und dieser Satz, der für die USA geschrieben wurde, den könntest du wahrscheinlich in so ziemlich jedem anderen Land auch schreiben. Schau dir selbst Österreich an, wo man jetzt gerade die Eigenkapitalquote von 10% auf 20% erhöht hat. Und wie du so schön sagst, früher wäre es so gewesen, da hat jemand so lustig auf Twitter, glaube ich, ein Bild von Al Bondys Haus gepostet. Da erinnert sich der legendäre Schuhverkäufer von dieser Comedy-Sendung, die so beliebt war. Ich fand es nie lustig, aber trotzdem. Sein Haus, relativ groß, zwei Autos, zwei Kinder, Ehefrau ist Vollzeit Hausfrau, soweit ich mich erinnern kann. Und da schreibt jemand drunter, und das konnte man 1987 sich als Schuhverkäufer leisten. Das ist natürlich sehr überspitzt formuliert, aber heutzutage ein Haus mit zwei Autos und einem einzigen verdienenden Menschen, wie du sagst, da musst du eigentlich schon einen fetten Krypto-Exit hingelegt haben oder geerbt haben, das ist schon sauschwer zu erstellen. Und in diesen Space reinzugehen, für die, die das wollen, wo du sagst, ja, Besitz muss man nicht immer haben, Besitz belastet, wie auch immer, das ist eine Riesen-Opportunity. Und da werden, glaube ich, viele Leute drauf springen. Und es wird aber Jahre dauern, bis das natürlich in irgendeiner Form sinnvoll einen Return bringt. Also damit meine ich, bis es profitabel wird. Aber das ist genau deren Wette. Ich finde es super aufregend. Super, super aufregend. Ich verstehe, dass sich viele aufregen. Ich glaube, da sind aber auch viele Butthurt, wie man so schön sagt. Einfach pisst, dass es er war, weil er schon viel Randale gemacht hat. Super aufregend, finde ich. Super spannend. Ja, klar, eine Milliarde ist irre, aber und natürlich auch ein spannendes Zeichen, wie du gerade sagst, mitten in einer Krisenwelt, wo alles nach unten schaut, alle Zahlen sind rot, alle jammern sie und plötzlich kommt der Klassenprimus und sagt hier, 350 Mio, machen wir. I'm curious. Also ich finde das sehr, sehr, sehr aufregend. Werden wir noch lange davon hören. Oder? Es wird der größte F-Hop aller Zeiten sein. In jedem Fall werden wir lange davon hören. Ich glaube, sie springen ja auch auf dieses Modell auf, dass das Work from Home jetzt irgendwie auch mehr und mehr ein Thema ist. Also ich glaube, es gibt viele Trends, wie du richtig sagst, die da gebundelt werden. Es wird uns begleiten. Entschuldige, wollte ich noch ein Thema zu sagen. Weißt du, noch vor ein paar Monaten, wie Krypto wieder alles runtergegangen ist und die ganzen Experten und Experten geschrieben haben, jetzt ist Krypto aber endgültig tot. Das Spannende ist, bei diesem Konzept ist Krypto einfach ein Teil und damit ist für mich auch nochmal ein sehr, sehr, sehr interessantes Signal, das eh das 117. Signal, dass einfach Krypto in der ein oder anderen Form einfach Mass Adoption erreichen wird, früher oder später, weil es einfach so viel Sinn macht, dass du solche Sachen nicht mehr mit dem Schuhkarton ein paar Dollar machst, weil einfach der Overhead, der Aufwand, etwas in Cash zu bezahlen, zu verwalten, zu versteuern, zu bla bla bla, ist so gigantisch und die mangelnde Transparenz, dass da irgendjemand dazwischen auch nochmal kurz mitschneidet, weißt du was, ich meine, es ist so offensichtlich, dass du all diese Probleme mit Krypto in dem Moment löst, das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool und das ist eigentlich auch das, was ihr in so einem Konzept einfach mitschreibt. Natürlich ist Krypto der Ansatz der Zukunft. Da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Ich meine, klar, wenn du möchtest, podcast.austrianstartups.com erklären, warum Krypto total nicht funktioniert. Ich wäre sehr neugierig. Ich glaube komplett dran. Ich weiß halt nicht, welche Coins aufgehen und ich weiß nicht, wie das so sein wird. Ich glaube, das weiß keiner. Aber dass es in der Form kommt und das Papiergeld, das irgendwo auf einer Bank liegt, halt sehr überholt ist, das ist, glaube ich, ja, das natürlich Krypto sich permanent neu erfindet, das sehen wir auch. Also ich finde, wie unsere Hörer wissen, immer ein bisschen skeptischer als du. Aber was man halt wirklich sagen muss, also Andresen Horowitz kann sich leisten, dass das nicht funktioniert, aber wenn die ganze Kryptowette nicht aufgeht, dann haben sie ein Problem, weil da sind sie jetzt wirklich all in gegangen. Ja, ja, ja. Und das spricht natürlich dafür, dass sie da schon davon ausgehen, genauso wie du. Es wird sich zeigen. Es ist jedenfalls, es gibt durchaus ein paar Use Cases, die sparen sein könnten, aber die Umsetzung ist sicher noch ein längerer Weg. Stimmt. Ich meine, wenn Andresen Horowitz, also wenn Krypto per se implodiert, dann haben sie natürlich ein Riesenproblem, weil ich glaube, so ziemlich den Großteil ihrer fetten Investments der letzten Monate und Jahre sind alle irgendwo Krypto-Themen wie Axie, Infinity und was weiß ich nicht alles. Trotzdem, let's see. Dann haben wir eine andere spannende, also da können wir jetzt eigentlich auch übrigens ewig drüber reden. Es wäre auch mal spannend, das irgendwo in der Gruppe von bullischen Kryptoleuten und Krypto-Gegnern zu besprechen. Aber für mich, ich glaube komplett an Krypto und ich glaube, Krypto ist auch die Lösung für viele Probleme. Krypto heißt für mich aber nicht automatisch Bitcoin oder Ethereum oder wie auch immer, sondern das Konzept von Krypto und das Konzept von Blockchain und, und, und. Dass das aber noch nicht ausgereift ist und dass es da viel Veränderung gibt, das sieht man jetzt auch auf der Hand. Und das sehen wir ja auch beim Thema Ethereum. Da gibt es jetzt The Merge, etwas, was jetzt am Passieren, das hätte eigentlich schon längst passieren sollen, passiert aber jetzt. Denn Ethereum war bis jetzt auf einer Technologie namens Proof of Work. Proof of Work. Das ist relativ simpel erklärt. Bitte jetzt nicht in die Ecke kotzen, wenn ihr Krypto-Experten und Expertinnen seid. Ich probiere mal sozusagen, um dort eine Transaktion zu machen, brauchst du richtig viel Rechenpower. Dafür hast du sogenannte Miner, also Bergarbeiter, hätte man früher dazu gesagt, die ihre Rechenpower zur Verfügung stellen. und natürlich das, was passiert ist, gerade bestätigen. Dafür kriegen sie beim Gegenzug auch einen Teil, also eine Gegenleistung, also auch ein bisschen Ethereum oder Ether. So, das ist natürlich genau das, was immer alle kritisieren, dass da so unendlich viel Rechenleistung bei drauf geht, dass sozusagen Bambi stirbt. Ich weiß, das ist auch schlecht und das wissen wir alle. Das ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es ein anderes Konzept, das heißt Proof-of-Stake und viele neuere Coins haben das auch schon und Ethereum wechselt dazu. Bei Proof-of-Stake geht es einfach darum, dass ich selber ein paar Coins halte, die stelle ich zur Verfügung und die werden dafür verwendet, um sozusagen diesen Proof, diese Bestätigung zu machen. Das ist natürlich viel komplexer, als ich es gerade ausdrücke, heißt aber dadurch, dass ich diese Dinger irgendwo bereitlege, braucht man keine Rechenleistung, sondern fertig. Ich weiß, ich habe eine Million Dinge ausgelassen, um es simpel zu machen. Sehr viel Reichenleistung versus fast keine. Ethereum switcht genau dazu. Jetzt ist natürlich genau das, was passiert, wenn du etwas veränderst. Da gibt es Leute, die sagen, Moment, Moment, da bin ich jetzt mal total dagegen. Und das ist gerade das, was wir sehen. Magst du aufgreifen? Ja, es gibt Widerstände und Lagerbildung. Da haben sich jetzt ein paar meiner Gruppen, also die, die sich da auch spezialisiert haben, im Aufbauen von der Rechenpower, damit man Proof of Work ermöglicht, damit man sich da auch neue Coins verdienen kann, die sind natürlich nicht so happy, weil auch ihr Geschäftsmodell dadurch natürlich nicht mehr so funktioniert und wollen da jetzt einen Fork machen, also wollen quasi aus Ethereum heraus einen neuen Coin erstellen. Das Ganze ist ein bisschen absurd, weil es eigentlich schon Ethereum Classic gibt, was eigentlich eben Ethereum auf Proof of Work-Bare-Basis ist. Also es ist so ein bisschen jetzt halt auch opportunistisch, glaube ich, für sie gesehen. Und das nutzend jetzt auch, dass es wahrscheinlich viel, viel mehr Medienaufmerksamkeit aktuell dafür gibt, weil eben der Merge, dieses große Event, das umgestellt wird, das ist halt jetzt gerade das große Thema in der Kryptozene und da schauen sie jetzt alle hin auf den 15. oder 16. September, weil man halt auch gespannt ist, ob da eh alles funktioniert und wenn es funktioniert, ob das dazu führt, dass halt viele Leute dann halt auch Ethereum nochmal zusätzlich kaufen, weil sie die Bedenken, was den Energieverbrauch angeht, ablegen. Also es gibt viele Elemente, die mitspielen, aber ja, ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, viel ist einfach auch, dass man halt Eigeninteressen hat, dass man eher jetzt kein Freund des Wandels ist, dass man alles so behalten will, wie bisher. Es ist ein Element, das man schon vorbereiten kann, dass das für Proof of Work spricht, ist, dass es halt ein bisschen dezentralisierter wahrscheinlich ist, weil grundsätzlich du für Staken geht es dann halt auch darum, wer hat die meisten Coins gesteckt, das zentralisiert ein bisschen die Power. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, bei den aktuellen, ja, ist es auch nicht mehr so einfach gewesen, als Einzelner jetzt viel zu meinen, weil man so viel Rechenpower schon dafür gebraucht hat. Was ich natürlich interessant finde, es ist der Klassiker eigentlich, dass ein paar Leute sind, deren Business Model einfach kaputt gemacht wird und die einfach wahrscheinlich über die letzten Jahre viel investiert haben. Das hat einfach auch richtig gut funktioniert für sie. Und jetzt, dann haben sie wahrscheinlich immer nachinvestiert, nachinvestiert und gedacht, das bleibt jetzt auch immer so. Und jetzt kommt eine Veränderung, die ihnen genau das nimmt, vor allen Dingen die Marktmacht. Und das ist ja eh gesagt, das ist zentriert um ein paar größere Miner. Klar sind die dagegen. Logisch. Und meines Erachtens ist es so genau, wie du sagst, da wird jetzt gejammert, da wird gejault, da werden natürlich auch viele, viele Journalistinnen und Journalisten groß drüber schreiben, weil es ist gerade ein Thema, das alle sehr interessiert. Da kann man auch viel drüber jammern. Und dann passiert es, dann kommt der Marriage, der im Übrigen auch schon ein paar Mal verschoben wurde. Das heißt, schauen wir mal, ob er dann wirklich kommt. Ja. Und dann geht die Welt einfach weiter und fertig. Und das ist spannend. Und das finde ich ja auch noch zum Krypto-Thema von vorhin so interessant. Die Philosophie von Krypto ist etwas, woran ich glaube. Und die grundsätzliche Technologie, das grundsätzliche Konzept, die de facto Einsetzung, de facto, wie es jetzt gerade eingesetzt wird, das ist noch nicht das Weisheitsletzter Schluss. Das muss man einfach so sehen, wie bei jeder Innovation, wie die frühen Autos vielleicht auch noch nicht perfekt waren. Trotzdem waren sie allerdings schon der Kutsche überlegen und so muss man das einfach sehen. Natürlich war es aber nicht perfekt. Und wenn du natürlich mitten in einem Industriezentrum bist und Auto fährst, ist das cool. Wenn du irgendwo am Land bist und die nächste Tankstelle ist 300 Kilometer entfernt, dann ist das natürlich noch nicht so gut. So muss man es aber grundsätzlich mit Krypto sehen. Und für die, die ganz neu zu dem Thema sind, wenn dann immer gesprochen wird über den hohen Stromverbrauch und das Krypto in Wahrheit so ist. Ja, stimmt. Das waren die ganz frühen Konzepte. Und das ist genau dieses Proof of Work, das jetzt bei Ethereum abgelöst wird. Proof of Stake ist das Thema geklärt. Das heißt, das, wo wir alle gejault haben, ist jetzt bei einer der größten Coins de facto bald Geschichte und bei vielen der moderneren Coins ohnehin nie ein Thema gewesen. Das ist interessant. Also ich glaube dran. Schauen wir mal. Da müssen wir natürlich unseren Blick wieder ins Land der aufgehenden Sonne richten. Ist das hier China, oder? Das Land der aufgehenden Sonne, oder ist das Japan? Boah. Da sagt er, ja, ja, ja. Bestimmt, Daniel. Bestimmt. Ich glaube, es ist China. Ich werde einen Background-Google-Check machen, aber ich halte die Daumen. Bitte, bitte. Besonders meine Synologen und Synologen dort draußen. Erklärt mir mal, was für ein Dilettant ich da wieder bin. Aber ja, ist immer schön, wenn man schneller redet, als nachdenkt. Ist Japan? Ja, schau, würden wir schneiden, hätten wir jetzt geschnitten und ich hätte gesagt, selbstverständlich irgendwas Kluges. Aber ich sage, ich sage, das Land des verschwindenden Platzes des himmlischen Friedens, den gibt es ja nicht. Und da ist auch nie was passiert, 1989. Never ever. Auf jeden Fall genau die, dem Land der Meinungsfreiheit und der Toleranz, nein, das ist jetzt mit Saudi-Arabien vermischt, okay, dem Land der Meinungsfreiheit und auch natürlich auch dem Land von TikTok und Alibaba, die haben jetzt entschieden, ein paar Details zu ihren Algorithmen zu veröffentlichen, weil natürlich viele von uns ein bisschen kritisch sind und sagen, Moment, 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 wie war denn das mit dem himmlischen Frieden und so weiter? Was wissen wir denn jetzt Neues? Ich finde das schon ganz spannend, weil das ja auch immer in der westlichen Welt gefordert wird, dass die Tech-Giganten ihre Algorithmen Open Source machen. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, Elon zu Twitter auch irgendwie so ein bisschen einmal postuliert hat. Und tatsächlich, chinesische Behörden haben jetzt chinesische IT-Firmen wie ByteDance oder Alibaba dazu gezwungen, die Algorithmen offen zu legen, mit denen halt auch chinesische Konsumenten konfrontiert sind. Sei das jetzt bei WeChat oder bei dem Marktplatz von Alibaba Taobao oder auch DuYan, das ist das chinesische Pendant zu TikTok. Und ich finde das eine spannende Case Study, was jetzt dadurch passiert. Ob jetzt dadurch vielleicht auch potenzielle Nutzer ein besseres Gefühl dafür bekommen, was eigentlich mit ihren Daten passiert, ob Nutzer ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sie eigentlich das Tool nutzen, ob potenziell Werbetreibende das dann halt auch optimieren, ob dadurch halt vielleicht auch einfach die Qualität sinkt, weil Leute nur mehr auf den Algorithmus hin optimieren. Unbewusst machen wir das jetzt sowieso. Also ich glaube, das passiert ja grundsätzlich schon, dass wenn wir das Gefühl haben, auf irgendeiner Plattform mit irgendeinem bestimmten Muster können wir besonders viele Leute erreichen, bekommen wir besonders viel Bestätigung, besonders viele Likes, dann macht man das, glaube ich, unbewusst eh. aber wenn das dann ganz offen da liegt, dann ist es halt noch viel klarer, ein Muster, was man anwenden kann und da bin ich schon gespannt, ob diese Rechnung aufgeht. Ich glaube, da werden auch europäische und amerikanische Behörden relativ genau drauf schauen, was das auch für Folgen hat. Ich bin natürlich neugierig, ob die Konsumentinnen und Konsumenten dann natürlich auch verstehen, was das bedeutet, was sie hören. Also damit meine ich, wie meine ich das? Du erinnerst dich sicherlich, als bei Covid viele Zahlen offengelegt wurden und plötzlich sind alle Covid-Experten geworden, obwohl Leute, die weder Immunologinnen und Immunologen noch, sagen wir ja, Statistiker und Statistikerinnen sind, haben begonnen, mit Daten um sich herum zu würfeln und dann natürlich wahnsinnig viele Dinge vollkommen falsch interpretiert. Jetzt ist natürlich die Art und Weise, wie diese Information offengelegt wird, wird natürlich ein sehr spannendes Thema, weil wenn man nicht weiß, wie so ein Empfehlalgorithmus funktioniert, wenn man nicht weiß, was die Intention dahinter ist, dann kann man mal ganz schnell dagegen sein, beziehungsweise auch ganz schnell für, das ist ein reines, meines Erachtens ein reines Kommunikationsthema, wie das denn dann offengelegt wird. Weil ganz ehrlich, würde das in einer Sprache offengelegt werden, die nicht wertend ist, sprich ein reiner Code, dann kann das natürlich kein Mensch verstehen, bis auf ein paar wenige Experten und Experten, wäre natürlich interessant, wenn es natürlich interpretiert wird, dann ist es eine reine Frage des Narrativs. Ich finde das auch eine super spannende Case Study. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Weil ich meine, klar könnte man sagen, hey, das hilft dir, dass du in Zukunft nur noch das richtige Produkt kaufst. Weißt du noch, als du blablabla gekauft hast und es hat dann nicht gepasst, dadurch sorgen wir dafür, dass du nie wieder Geld an unnötigen Stellen ausgibst. Mega cool. Während wenn man sagt, das überwacht dein Kaufverhalten und empfiehlt dir Dinge, die du nicht brauchst und same thing, anderer Narrativ. Ja. I'm curious. Meine Frage ist natürlich auch, ob das irgendwie jetzt dann genutzt wird für Zensur. Ja. Also das halt durch das Offenlegen an chinesische Behörden dort dann auch potenziell für chinesische Behörden einfacher wird zu erkennen, wo dieser Algorithmus welche Dinge ausspuckt und dadurch einfacher zu lokalisieren, wo Zensur notwendig ist, an welchen Stellen und das auch technisch einfacher durchzuführen ist. Aber ja, andererseits muss man schon noch sagen, bei dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, bei den Daten, ja, also es gibt genug Leute, die dann Schwurbler, Fektenjus, etc., die Daten ja missinterpretiert beziehungsweise halt auch als Waffe genutzt haben, wo sie halt unvollständige Daten oder halt Aspekte, die besonders herausstechend genommen haben. Gleichzeitig gab es aber dann schon noch ein paar Leute, die sehr verantwortungsvoll mit den Daten umgegangen sind, aber teilweise sogar auch besser kommuniziert haben, als das staatliche Quellen gemacht haben. Also es hat alles seine Chancen und seine Risiken. Es wird sich zeigen, was jetzt tatsächlich damit passiert. Absolut. Bin ich neugierig. Ja, da müssen wir eigentlich unseren Rockstar der Woche vorziehen im Übrigen. Das ist für mich ganz klar Kim Jong-Un, denn Nordkorea hat Covid besiegt. Das finde ich auch tief beeindruckend, muss man einfach so sagen. Nordkorea ist Covid-frei. Das heißt, sie haben eigentlich der Welt gezeigt, wie es funktioniert. Fantastisch. Mir sind auch die Tränen gekommen, als ich das gehört habe. Ganz ähnlich wie in der großen Ansprache, wo das zelebriert wurde, wo tausende Delegierte vor Freude geweint haben, als der große Lenker der Schlachten das genannt hat. Bist du auch emotional abgeholt worden in diesem Moment? Bei mir ist das vorübergegangen, Daniel. Ich glaube, du musst... Nein, das hat die ganze Welt berichtet, aber tatsächlich, Nordkorea hat Covid jetzt besiegt, hat auch die FAZ berichtet und die Welt und wie sie nicht alle heißen, dass lustig ist, wenn jemand von euch vielleicht den Film, ich glaube, es heißt Der Diktator mit James Franco, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ja, dann kann man sich natürlich auch ganz vorstellen, wie das so alles gelaufen sein dürfte. Ganz großartiger Film, der natürlich in Nordkorea, nein, die Interview, bitte unbedingt anschauen. Ich nehme einfach an, Nordkorea hat einfach alles und jeden hingerichtet, die Covid hatten und jetzt haben sie den letzten erwischt und jetzt ist Covid erledigt. Aber Weltklasse. Also mein Tipp ist, dass sie einfach nicht mehr testen. Natürlich nicht und alle hinrichten, die es haben oder in irgendwelche Lager stecken, aber trotzdem, das war ihre große, große Pressemitteilung. Oder wenn du nicht testest? Das erinnert mich jetzt an unsere Freunde von der Partei, die ich jetzt nicht gerade nennen möchte. Aber Nordkorea ist Covid-frei. Sagen wir mal, das ist super. Im Übrigen, angenommen, angenommen, nein, ich mache jetzt keine grausliche Überleitung. Ich mache ein völlig anderes Thema. Machen wir so ein Heartbreak, lassen wir mal blöde Überleitungen aus. Also ich finde die Überleitung eigentlich nie blöd, aber manchmal sind sie echt ein bisschen, aber okay. Stellt euch mal vor, es wäre aber eine coole Überleitung geworden, aber ich wollte es nicht machen. Ich wollte es nicht machen. aber es gibt was Interessantes. Es gibt jetzt Mietenkel gegen die Einsamkeit. Jetzt denkt man sich, was ist denn das jetzt so ganz genau? Das ist sehr, wie so ein Au-Pair-System eigentlich für ältere Herrschaften, die einsam sind und sich Enkel mieten können. Jetzt denkt man natürlich, ja, aber das klingt jetzt ein bisschen komisch, das braucht doch keiner. Aber in Wahrheit ist es eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, weil das Problem ist natürlich heutzutage, so wie die Gesellschaften organisiert sind, vor vielleicht 100 Jahren, wenn wir alle am Bauernhof wohnen, mehrere Generationen zusammen und da ist sehr klar, die Jungen kümmern sich um die Älteren, die Älteren sind aber Teil der Gesellschaft, die Kinder spielen mit den größeren Kindern, sind auch Teil dessen, die Jungen und Gesunden arbeiten draußen und die Älteren machen bla bla bla. Heutzutage sind wir natürlich alle sozusagen in unseren kleinsten Familieneinheiten. Wenn man im Übrigen im Hintergrund immer mal wieder meinen Sohn auch herumtun hört, das ist genau das Beispiel. Meine Frau und ich sind in unserer Wohnung und kümmern uns um unseren Sohn. Früher auf dem Bauernhof hätte das jetzt wahrscheinlich die Oma, der Onkel, die Tante oder wer auch immer gemacht. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, aber es ist die Realität. Heißt aber auch, dass Millionen von älteren Menschen alleine wohnen und die sitzen den ganzen Tag alleine in der Wohnung, weil sich auch keiner um sie kümmert. Und das ist natürlich nicht schön. Das ist absolut nicht schön und dass das ein Riesenproblem ist auch klar. Ich meine, da sind natürlich Depressionen und was weiß ich nicht alles auf der Hand und jetzt kann man dort Abhilfe haben. Die Mietenkel, was wissen wir denn darüber? Also es gibt ein Startup, das heißt Join Papa und das gibt es eigentlich jetzt schon einige Jahre. Das sind zumindest, was das Fundraising angeht, ganz erfolgreich. Haben schon 150 Millionen Dollar damit aufgestellt und ja, sind natürlich immer wieder in den Medien, weil das Ganze so einerseits positiv gesehen wird, andererseits aber auch sehr negativ, dass halt jemand Geschäft damit macht, dass man da jetzt gegen die Einsamkeit folgt. Das ist ein viel diskutiertes Feld. Ich finde aber genau das, was du angesprochen hast, sehr spannend, dass man halt im Grunde diese Beziehung zwischen Enkel und Großeltern, die ursprünglich sehr, sehr natürlich zustande gekommen ist, dass man die in irgendeiner Form stärkt, wie auch immer das funktioniert. Ich glaube, das macht Sinn. Und oftmals kommt es halt dazu, dass man halt vielleicht keine Enkel mehr hat, weil es gibt ja auch mittlerweile genug kinderlose Menschen. Es kann dazu kommen, dass man vielleicht selbst keine Großeltern mehr hat, weil die schon verstorben sind. Das heißt, es ist vielleicht auch für die Kinder interessant, diese Instanz auch zu haben, irgendwie diesen Kontakt mit älteren Menschen. müssen also hier Modelle zu schaffen, die das einfacher machen, die das möglich machen, zwischen Generationen auch. Ich glaube, davon wird die Gesellschaft sehr profitieren. Denke ich mir auch. Ob das jetzt der letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber generell, glaube ich, gibt es eine Menge von coolen Konzepten, die noch erdacht werden müssen. Vor, ich muss lügen, ein, zwei Jahren das Konzept gehört, dass Kindergärten und Altersheime sozusagen zusammengelegt werden. etwas, was ich unfassbar brillant finde, weil Kinder freuen sich natürlich auch, wenn sie die Aufmerksamkeit kriegen von anderen und vice versa. Ältere, die sozusagen sehr einsam sind, freuen sich da genauso drüber. Natürlich gibt es dann genug Leute, die sagen, ja, aber was ist denn, wenn da irgendjemand dann missbraucht und so weiter und so fort. Das ist genau das Problem, dass man natürlich auch zu Recht nicht glücklich ist, wenn fremde Menschen sozusagen da in den eigenen Space eindringen. Und da habe ich auch noch keine kluge Lösung gesehen. Grundsätzlich aber habe ich das Gefühl, irgendwo dort drin schwabbert eine Lösung, dass man sozusagen sagt, man hat immer mehr Kinder, um die es schwierig ist, sich zu kümmern, nicht immer mehr, aber es gibt viele, viele Menschen, die nicht die Zeit haben, sich ausreichend, um ihre Kinder zu kümmern. Kindergärten sind auch nicht immer ganz leicht zu bekommen. Und zeitgleich viele ältere Menschen, die vereinsamt leben, dass man das nicht zusammenführen kann auf eine kluge Art und Weise. Das macht natürlich eine Menge Sinn grundsätzlich. Ob man jetzt einen Enkel mieten muss gegen Geld, das weiß ich nun nicht so. Das wirkt für mich dann wieder ein bisschen komisch, weil die Frage ist natürlich, wer macht das denn? Und wer sorgt dafür, dass dann nicht die Omi oder der Opi sozusagen dann irgendwo ausgenutzt wird oder dann im letzten Moment das Erbe, wenn eine gewisse Demenz einsetzt, dann doch noch umgeleitet wird? I don't know what. Aber trotzdem, wenn ich Andresen und Horowitz wäre, würde ich mir diesen Space sehr genau anschauen und schon mal die eine oder andere Null auf meinem Check ausfüllen. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Das ist, glaube ich, ein Riesenspace. Die Lösung sehe ich noch nicht. Aber es ist halt super aufregend, to say the least. Ein anderes Thema, das wir aber auch sehen, was wir auch sehr, sehr spannend finden, ist natürlich jetzt gerade mehr denn je geht es ja darum, Treibstoff zu sparen. Das wissen wir alle. Das kommt auch alles auf uns zu. Und da ist eine sehr, sehr smarte Lösung, dass man sozusagen in Google Maps sich jetzt nicht nur den schnellsten Weg anzeigen lassen kann, sondern auch die spritsparendste Route. Superklug. Meiner Meinung nach. Superklug. Ist allerdings noch nicht überall verfügbar, was ich sozusagen weiß. Ja, tatsächlich in Österreich noch nicht. Es wird jetzt in Deutschland ausgerollt. Ich hoffe, dass das bald folgt, auch in Österreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so viel schwieriger ist, das in Österreich auszubringen. Aber ich habe mir das schon öfter gedacht. Zum Beispiel, wenn ich von mir zu Hause in Richtung Westen fahre, also auf die Westautobahn in Richtung Salzburg oder so, dann ist das, was es mir standardmäßig anzeigt, dass ich über die Nordautobahn fahre, was ohne nachzuschauen sicher 50, 60 Kilometer länger ist als durch die Stadt und dann über die Westausfalt. Und das ist meistens laut Google Projection drei Minuten schneller. Aber grundsätzlich, und das ist die Standardoption, also wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann fahre ich das automatisch. Und das ist eigentlich viel unnötiger Benzinverbrauch. Weil, ja, also die zwei, drei Minuten, glaube ich, ist für die wenigsten Leute diese 50, 60, 70, ich weiß nicht, wie viel genau ist, aber es ist schon ordentlich. Du fährst einen riesen, riesen Bogen rund um, um halt, ja, eigentlich Wien und Niederösterreich, dann kommst du erst bis St. Pölten wieder rein. Also das würde ich mir wünschen, dass da Google, weil Google, das ist halt die Macht von so großen Tech-Konzernen, die können mit relativ kleinen Stellschrauben sehr viel Impact erzielen. Und besonders in einer Situation, wie wir es jetzt haben, wo wir halt alle uns auch besonders mit dem Winter, der jetzt ansteht, sicher an der Nase nehmen müssen und schauen, wo kann jeder ein bisschen was einsparen. Da kann Google mit sehr kleinen Stellschrauben, mit kleinen Anreizen sehr viel erreichen und deswegen würde ich mir wünschen, dass das sehr bald auch in Österreich ankommt. Ja, ich finde es auch super smart. Im Übrigen dieselbe Entscheidung habe ich auch vor ein paar Tagen treffen müssen und ich habe mich dann gegen die Nordautobahn entschieden. Aber ja, es macht total Sinn und wenn du dann, ich denke mir auch immer, wenn man von Wien Richtung Westen fährt, habe ich das Gefühl, dass auch der Benzinverbrauch höher, weil es mehr bergauf geht und wenn man zurückfährt, geht es mehr bergab und ich denke mir dann, der Mittel macht es, der Mittel, der Mittelwert macht es und es gibt bestimmt ein paar andere Routen, wo es aber dann auch nochmal einen richtig signifikanten Unterschied macht. Vor allen Dingen auch Routen, die man nicht so oft fährt und wo es viele Alternativen gibt und ganz ehrlich, ich finde das super smart, macht total Sinn und ist wahrscheinlich relativ einfach für jemanden wie Google umzusetzen. So far, so good. Let's see, was es dann wirklich ist. Natürlich muss man sagen, ja, du musst dann dennoch dich benehmen und eine Durchschnittsgeschwindigkeit fahren und nicht stop and go und trotzdem, wenn du fährst wie ein Assi, dann hast du natürlich auch so deine Probleme. Aber ich finde es cool. Aber ich finde es cool. Er sagt schon, du inhalierst. Du inhalierst oder hast du da einfach nur so irgendwie... Ich kann dem nichts mehr beipflichten. Dann gibt es vielleicht noch ein Thema, über das wir kurz noch sprechen wollen. Heute haben wir wieder viele Themen dabei. The Verge berichtet davon, dass Apple in Zukunft in seinen Apps Werbung implementieren könnte. Es ist ein interessantes Thema. Was wissen wir davon? Ja, ich habe erst vor ein paar Tagen einen Twitter-Post gesehen, wo sich jemand darüber aufgeregt hat, dass in seinen iPhone-Settings plötzlich Werbung für Apple-Produkte aufgetaucht ist. Aber das ist potenziell nur der Anfang. Das weiß man nicht so richtig, weil es ist erst gemunkle. Aber da hört man, dass Apple jetzt stärker auch die eigenen Apps mit Werbung ausstatten will, nativer Werbung. Das heißt zum Beispiel, dass in Maps, wenn man da noch etwas sucht, dass man dann halt auch Empfehlungen bekommt für Restaurants oder Geschäfte oder andere Businesses, die nearby sind. Und das ist natürlich eine spannende Opportunity, weil ich de facto, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin und ein Restaurant suche, dann mache ich das mittlerweile eigentlich nur mehr über Google Maps. Also ich gebe da Restaurants ein und dann schaue ich halt mir die Bewertungen an und mache mir die Speisekarte und ja, der zieht. Und Apple hat natürlich über das iPhone schon einige Nutzer, die Apple Maps nutzen. Und das ist ein potenzieller Revenue Channel und die großen Tech-Diganten, die müssen auch immer noch wachsen, weil für die geht es darum, dass halt der Shareholder-Value größer wird und der Aktienkurs steigt. Und dafür ist das Ziel, dass man den Umsatz kontinuierlich wachsen lässt und gleichzeitig befürchten natürlich jetzt alle gerade, dass vielleicht halt auch hier die Umsätze ein bisschen einbrechen mit einer potenziellen Rezession, mit der Energiekrise in Europa. Und deshalb glaube ich, schauen sich jetzt alle Tech-Giganten gerade an, okay, was sind neue Revenue Channels, die man erschließen kann, um das auch zu kompensieren potenziell und eben ja, weiter den Wachstumskurs fortzusetzen. Ich bin sehr neugierig, was dabei passiert. Also ja, es macht alles komplett Sinn. Bei Apple und Werbung ist es natürlich immer so, ich habe immer das Gefühl, dass Apple als oberstes Thema sozusagen Convenience und auch User Experience hat. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt sozusagen nur, nur in Anführungszeichen ein Revenue Increase zu haben, irgendwelche Werbung einem vor die Nase feuern. So. Was ich mir vorstellen könnte, wäre natürlich, dass sie vielleicht kluge Produktempfehlungen machen würden. Und wenn man so denkt, wenn man als Kind der 80er Jahre früher an Werbung denkt, ich weiß nicht, ob du das mal so gesehen hast, aber früher war es sozusagen, ich glaube es war auf HD und ZDF, wenn die Werbung fast nie gekommen ist, kam, hat dann immer eine Stimme, ein Sprecher gesagt und nun kommen die nützlichen Verbrauchertipps. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast oder ob du da, kennst du das? Nein. Okay. Das waren die nützlichen Verbrauchertipps. Ich denke mir, das waren die nützlichen Verbrauchertipps. Und Werbung ist natürlich heutzutage sehr selten ein nützlicher Verbrauchertipp, sondern eher lästige Belästigung. Das wäre jetzt ein Double Negative, aber egal. Und angenommen, es wären wirklich nützliche Verbrauchertipps, wo man sagen würde, möchtest du für dein kürzlich bestelltes bla 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 vielleicht noch das und das haben? Da ist es natürlich ganz cool. Hey, wir wissen, dass du Airpods Version 1 hast und Version 3 ist jetzt gerade reduziert. Da ist es natürlich eine sehr, sehr coole Option, wenn es innerhalb des Ökosystems ist. Wenn es, hier ist das Jamba Monatspaket und 17 Pop-Ups, die plötzlich kommen, stell dir vor, kaufst du ein neues, keine Ahnung, MacBook Pro und plötzlich geht es bap, 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 und du musst dich erst mal durchklicken und hast eine Taskbar, die komplett zugeballert ist. Damit würden sie das Kernprodukt so gefährden, kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, Empfehlung, ja, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht eine coole Art, Apple Care irgendwo zu implementieren. So, hey, du hast noch 10 Tage Zeit und dann läuft das aus, bist du dir bewusst. Ja, warum denn nicht? Let's see, let's see what happens. Und dann haben wir noch einen anderen Tech-Giganten, oder YouTube, die jetzt entschieden haben, so ja, wir sehen hier Disney und Amazon und Netflix. Ihr prügelt euch da alle um das Streaming-Thema. Bring it on. Und jetzt schmeißen sie sich auch noch in die Arena und wollen auch noch gleich mitmachen. Was ich halt sehr lustig finde, wenn man nochmal an unsere Freunde von Andresen und Horowitz denkt, ist genau das Thema Bundle on Bundle. Und zur Zeit haben wir ein extremes Unbundling, das passiert. Und ich glaube, die Prediction habe ich schon vor einem Jahr gemacht. Und es wäre für mich ein Wahnsinns-Startup, das man bauen müsste. Und ich wäre so neugierig. Also wenn jemand von euch das macht, let me know. Ich hätte wahnsinnig Lust, mich dort zu involvieren. Wäre, wie man all diese Streaming-Dienste in irgendeiner klugen Form bündelt. Weil es ist so lästig. Und man sucht den richtigen Film und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten, die, die wir uns das sogar noch leisten können mit all diesen Streaming-Diensten, wenn wir dann den vierten und den fünften und den sechsten Streaming-Dienst haben, dann ist man irgendwann nur noch angenervt. Und man gibt hier sieben Euro und dort neun Euro und dort zwölf Euro und dann ist man irgendwann so bei 50, 60 Euro im Monat. Und irgendwann denkt man sich nur, ne. Aber ja, YouTube hat sich gedacht, gehen wir auch noch in den Space. Das machen wir dann nicht. Ja. Also YouTube launcht jetzt etwas, das sie Firmen intern Channel Store nennen und machen genau das, was du sagst im Grunde. Nämlich sie bundeln oder sie geben dir die Möglichkeit, dass du über dieses Portal unterschiedliche Streaming-Dienste in einem Abonnement konsumieren kannst. Klar schon. und so gebündelt mehrere Video-Anbieter zugleich nutzen kannst. Und es gibt schon ein bisschen in die Richtung von Disney, wo du zum Beispiel auch Disney+, Hulu und ESPN+, schon nutzen kannst. Aber es ist halt auch hier wiederum die spannende Frage, wie schafft es YouTube da auch die richtigen und die wichtigen Player zu bündeln? Weil vielleicht hat Netflix auch kein Interesse, dass man YouTube als den zentralen Touchpoint zum Markt nutzt. Weil das ist, glaube ich, schon etwas, was viele in der Vergangenheit gelernt hast, wenn du den Kontakt zum Kunden verlierst. Wenn du nicht mehr die Schnittstelle bist, dann gibst du halt auch die Macht her. Und deswegen probiert man sich halt immer so nah wie möglich am Kunden zu positionieren. Man möchte diesen Kundenkontakt. Weil wenn man den Kundenkontakt hat, siehe zum Beispiel jetzt Apple, dann kann man halt nach und nach höhere Steuern unter Anführungszeichen Steuern einfordern von den Kunden, die man hat, um diesen Kontakt mit den Usern weiter auch nutzen zu können. Und die Kunden sind in dem Fall halt Service Provider, sei das jetzt im bekannten Beispiel oftmals App Developer, die, damit sie an die Apple-Kunden reinkommen können müssen, müssen sie halt 20 Prozent ihres Umsatzes zum Beispiel, 30 Prozent ihres Umsatzes an Apple abtreten. Und ja, da sind jetzt glaube ich aber alle viel vorsichtiger. Ich bin sehr neugierig. Ich bin sehr neugierig. Prediction geht dann also scheinbar auf. Erstmal muss man das vom letzten Jahr nochmal aufgreifen. Aber ich glaube, der Space ist noch nicht so lustig. als ich mit 19 ausgezogen bin in meine erste Wohnung, hatte ich einen uralten Fernseher. Der hat fast nicht funktioniert. Und ich hatte einen Sender, ORF1. Und das Lustige war, ich meine, damals war ich halt 19 und nicht sehr anspruchsvoll, aber ich hatte das Gefühl, dass ich immer irgendwas gefunden habe, was ich sehen wollte. ORF1 war klasse, da gab es immer irgendeinen Mist. Und jetzt hat man irgendwie 47 Streaming-Dienste und bla 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 und es gibt nur Müll. Das ist meine ehrliche Meinung, es gibt nur Müll. Und man probiert und schaut und macht und man hat das Gefühl, da ist einfach so wenig Neues, Gutes dabei, obwohl so viel Content rausgeballert wird. Und man merkt halt einfach, die haben alle Druck, permanent Content zu liefern und es wird produziert und alles ist irgendwie immer gleich. Habe ich den Eindruck? Und richtig, richtig gute Sachen. Ja. Ja. Es gibt natürlich einen Space, der dann immer wiederum dann doch wieder für Überraschungen sorgt, wo dann doch nicht immer alles gleich ist und das ist natürlich Sport. Sport ist manchmal unberechenbar und ich bin absoluter Fußball-Null, aber ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal vor vielen Jahren Brasilien von Deutschland, glaube ich, 7 zu 1 hingerichtet wurde, wo jemand, war es 7 zu 1, oder? Wieder gesagt hat, okay, das kann doch nicht passieren. Oder das WM-Finale in Abu Dhabi in der Formel 1, großartig. Oder Barcelona 96, Michael Schumacher im Regen, unfassbar. Da möchte ich jetzt gar nicht anfangen, aber Heinz Puller, du bist mein Held. Und das ist natürlich ein Space, der weiteren aufregend bleibt. Und das hat jetzt jemand für sich auch zumindest auf Twitter festgestellt, dass da interessante Dinge passieren könnten und begonnen zu flirten. Wer mit wem? Erzähl uns die heißesten Details. Eich. Naja, es geht natürlich um Elon Musk. Na klar. Und Elon Musk hat auf Twitter jetzt gescherzt, dass er Manchester United kaufen will. Also er hat einfach so auf Twitter-Response geschrieben, also I'm buying Manchester United, you're welcome. Die Beargun-Story dazu ist, dass halt Manchester United gerade in einer ziemlich tiefen Krise steckt. Manchester United ist einer der bekanntesten Vereine der Welt, wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen, schafft aber seit einigen Jahren sportlich gar nichts mehr. Und es ist eigentlich eine Slapstick-Comedy-Einlage, was da immer und immer wieder passiert. Gibt es auch diverse Memes und Reels, die da die Runde machen, wo man sich halt irgendwie lustig macht über die armen Spieler, die da halt überhaupt nichts auf den Rasen bringen. Und das führt dazu, dass halt dann ja auch so gewisse Jokes kommen, dass man halt Manchester United von den derzeitig scheinbar unfähigen Besitzern befreit und in gute Hände legt. Die guten Hände des Elends sei einmal dahingestellt. Aber was man halt bei der ganzen Geschichte, also er hat dann wirklich einer seiner Superfans hat dann gefragt, are you serious? Und er hat gesagt, no, this is a joke. Das Ding ist halt, Manchester United ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, Elon flirtet hier gerade auch wieder mit einer Strafe von der SEC, weil er kann nicht einfach sagen, dass er ein börsennotiertes Unternehmen kauft. Das hatten wir schon mal, beziehungsweise damals ging es darum, dass er Twitter quasi zurückkauft. Er lernt auch nicht dazu. Tesla privatisiert. Aber ja, er lernt nicht dazu und bin gespannt, was da jetzt wieder passiert. Er bleibt unberechenbar, sagen wir so. Ich finde auch das andere Zitat, das wir da gesehen haben, im Übrigen richtig cool. To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party. Wo er sich da auch sehr klar positioniert. Alles gut gemacht. Ja, ich meine, Elon ist halt ein Troll, muss man einfach so sagen. Ja, aber er ist unterhaltsam. Ich habe mir gerade gedacht, ohne den heiligen Elon würden wir wahrscheinlich die Hälfte unseres Podcasts einfach anschauen und anschweigen. Wir hatten nicht viel zu reden wie so ein altes Ehepaar und irgendwann würde mich dein Atmen nerven. Spaß. In Gottes willen. Aber ihr kennt das, wenn man manchmal von Leuten liest, ja, wir sind seit 17 Jahren verheiratet und eigentlich war alles gut, bis ich der Meinung war, sein Atmen nervt. Man denkt sich, oh, okay, soll er denn aufhören zu atmen? Wird dich das dann weniger nerven? Ja. Möchtest du, dass er stirbt? Nein, er soll nur aufhören zu atmen. Okay. Okay, läuft bei euch. In dem Sinne ist es natürlich bei Markus und mir nicht so keine Sorge. Aber ja, Elon ist da immer sehr unterhaltsam. Aber Gott sei Dank oder hoffentlich lässt er dort die Finger davon. Aber grundsätzlich alles, was Elon auf Twitter angreift, wird ja früher oder später endgültig kaputt gemacht. Und das ist natürlich nicht so schön. und ich glaube, wahrscheinlich wird er früher oder später mal irgendwann dann doch belangt werden für etwas und kriegt eine Milliardenklage. Und dann ist es vorbei und wir erinnern uns dran vor ein paar Wochen, hat er nicht sehr vorteilhaft eine ganze Menge Bitcoin abstoßen müssen. Das zeigt, dass da irgendwo auch schon ordentlich was brennen dürfte, wenn wir uns daran erinnern. Das war eine ganze Menge mit einem massiven Verlust. Komischer Typ. Muss man einfach so sagen. Ja, vielen News diesmal. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, oder? So ist es. Ja, da braucht man nicht weinen. Und weiter geht's mit unseren Newcomer der Woche. Und manchmal gibt's so alltägliche Gegenstände, die man eine Million Mal sieht und nie hinterfragt hat, dass die irgendwann mal sich ändern könnten. Ein schönes Beispiel sind Gartenzäune. Das sind Holzleiter, die man aus dem Baum schnitzt und dann mit dem Hammer in den Boden haut. Idealerweise, dass der Hund nicht abhaut oder dass man nackt durch den Garten laufen kann. Oder beides. Das ist so im Prinzip der Hauptzweck für den Gartenzaun, würde ich jetzt mal so sagen. Fällt dir noch ein anderer Sinn dafür ein? Vielleicht, dass man böse Menschen davon abhält, den Garten einzudringen und etwas zu stehlen. Stimmt. Und natürlich, um das Grundstück abzugrenzen und zu sagen, hier ist meine Festung. Hau ab. Richtig? Ganz wichtig. Und alle paar Jahre fährt der Nachbar betrunken rein und dann muss man wieder den Gartenzahn neu aufbauen. Aber das ist so im Prinzip die Hauptnutzung des Gartenzahuns. Ich hätte das jetzt auch nie hinterfragt und dann liest man plötzlich, dass jemand das doch hinterfragt hat. Und zwar sehr, sehr, sehr smart und deswegen sind das unsere Newcomer der Woche. Was machen die? Ja, die machen Windenergie mit Gartenzäunen. Also da haben sie quasi die Gartenzäune so modelliert, dass man kleine Windturbinen hat, also dass sich der Gartenzahn, die Windpaneele an den Gartenzahn bilden und die sich dann drehen und so Energie gewonnen wird. Und das könnte zum Beispiel in Kombination mit einer Wärmepumpe dafür sorgen, dass das Haus einfacher energieautark sein kann. Also dass dadurch halt dann die Wärmepumpe gespeist werden kann, sowohl im Winter als auch im Sommer dadurch der Strom bezogen werden kann. Also es ist sicher unabhängiger vom Wetter als jetzt zum Beispiel Solarpaneele. Nicht unabhängiger, aber zumindest ist es ein anderer Aspekt und vielleicht in Kombination dadurch dann unabhängiger, weil halt bei Schlechtwetter dann oftmals auch der Wind mitkommt und damit die fehlende Sonne kompensiert. Ja, und das ist ein polnisches Startup, das da jetzt relativ neu mit dieser Idee durchgestartet ist. Das ist dann eigentlich ein schönes Beispiel wiederum, wie halt die aktuelle Krise dafür sorgt, dass gewisse Gehirne anfangen zu rattern und potenzielle Lösungen gefunden werden. Wie sehr das Ganze jetzt wirklich skalierbar ist, wie sehr das Ganze funktioniert, das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall mal ein guter Approach. Ja, es ist halt die Frage, ob man dann auch nackt im Garten rumlaufen kann. Wenn sich die Dinger plötzlich da anfangen zu drängen. Ja, das ist auch die Frage. Das ist so wie so ein... Das ist die Frage, wie gut das mit einer Hecke zum Beispiel kombinierbar ist. Das ist wie so eine Stop-Motion-Aufzeichnung dann. Also Schritt für Schritt für Schritt zu sehen ist. Meine Güte. Ein Nachbar, der durch den Garten läuft. Aber Spaß beiseite. Ich finde das halt super smart und ich finde es einfach wahnsinnig smart, wie viele Flächen wir unbenutzt brach liegen haben an unseren Haushäusern, Hauswänden, Gartenzäunen, Oberflächen. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mal vor Jahren irgendwo gehört, dass Leute wollten, dass man die Oberflächen der Autobahnen nutzt, um die Wärme von dort in Energie umzuwandeln. Wenn du denkst, klar im Sommer, der Thea hitzt sich auf, das ist reine Wärme, reine Energie, die dort entsteht und die brach liegt und das mit Solarpanels ist alles noch nicht so einfach. Ich verstehe eh, aber grundsätzlich, wenn man daran denkt, dass wir noch immer auf fossile Energien angewiesen sind, die wir dann verbrennen, die wir sozusagen aus der Erde hochholen und dann anzünden und quasi unsere Hände dann reiben und eigentlich überlegen, wie viel wir dort nutzen können und vor allen Dingen, wie viel kommen wird, dann ist das schon spannend und deswegen haben wir uns auch gedacht, das sind richtig coole Newcomer der Woche. Und dann haben wir natürlich noch Rockstars der Woche und ja, das ist auch eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr für die beiden, sind alte Bekannte, auch regelmäßige Gäste unserer frühen Stammtische, kann ich mich erinnern, immer wieder damals zu sehen, bekannte Gesichter und lang gedauert, gut, Ding braucht Weile und haben jetzt eine Million Euro Seed Investment eingesammelt. Von wem reden wir? Wir reden von Misha Varanka und dem Draz und Iwanis, die gemeinsam mit ihrem Startup Warflow eine Million Euro aufgestellt haben und damit die Arbeit im Facility Management erleichtern wollen. Also ein durchaus spannendes Feld, wo es sicher viel Potenzial gibt. Das ist jetzt wieder halt so ein Thema, was vielleicht vom ersten Blick jetzt nicht so sexy ist, aber wo viel wirklich harte Arbeit anfällt und wenn man die erleichtern kann, dann kann es natürlich auch sehr positive Ergebnisse erzielen, sehr positiven Impact haben. Und es ist ein schönes Beispiel auch einfach wie, wenn man lange dran bleibt, nicht aufgibt, durchhält, also die Jungs sind echt schon lange an dem Thema dran und kämpfen auch schon lange, aber das zeigt sich einfach die Durchhaltekraft, die Persistenz, die man braucht, wenn man die hat, dann kommt man auch irgendwo mal dort an, wo man ankommen will. Denke ich mir auch und was ich halt auch so cool finde ist, ich bin immer der Meinung, du brauchst jemanden mit tiefem Domain-Knowledge von einem Bereich und es geht wie gesagt um Facility Management, das ist einfach etwas, das ist unsexy, würde man so behaupten, aber es ist überall notwendig. Und Dragen war sehr, sehr lange Facility Manager beim Wiener Einkaufszentrum, Donauzentrum, das heißt er kennt den Space genau, hat gemerkt, Moment, da ist viel Raum für Verbesserung, weiß aber auch, wo die ganzen Details liegen und hat dann vor vielen Jahren begonnen, sich mit dem Bereich zu beschäftigen. Super cool und dass man in diesem Bereich auch wieder wahrscheinlich ganz viel mit Paper und Pen, ganz viel intransparent, ganz viel hochgradig, ineffizient, dass man das neu gestaltet, macht komplett Sinn. Diesen Space aber zu ändern, das dauert natürlich auch ewig, weil es natürlich etwas ist, wo Veränderung sicherlich nicht so populär ist. richtig cool und deswegen für uns auch absolut würdige Rockstars der Woche, richtig cool für das Wiener PropTech. Freuen wir uns sehr, finden wir toll, auch bekannte Investoren dabei, super aufregend, also wir drücken euch dort die Daumen und wir wollen uns natürlich an der Stelle auch bei euch bedanken, denn wir kommen mit dem Podcast zum Ende für diese Woche. hat wieder richtig Spaß gemacht. Podcast at AustrianStartup.com für Feedback oder natürlich auch immer gerne auf Discord und in dem Sinne würde ich sagen, take care, stay safe, Sonnencreme nicht vergessen, es wird nochmal richtig, richtig, richtig warm, 36 Grad, das ist eine krasse Ansage und wohlgebräunt sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Take care, stay safe, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.